Fühlt sich mal als Schöcke mit Dreher. Hoffentlich hat er nicht in der ersten Runde einen hohen AWP, so wie im Warm Up. Die stacken da. Ja. Aua. Schön. Oh, come on. Boah, da habe ich ihn gemisst. Tja, die haben ihn mal gleich geboostet. Ja. Das wird jetzt ein easy kill in dem Fall. Meinst du, sie boosten noch mal da? Ja, sicher. Ich meine jetzt, wir haben das nicht gesehen. Genau, dann stand sie da da oben. Nicht einmal. Ja. Ja. Ja, shit. Ah, ich habe ihn nicht gesehen und der ist so hinter deinem name tag gewesen. Ja. 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 Warte. Ja. 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 Ich will auch keine Hilfe. Nein, noch nicht. Hilfeaa. Ah, Molotow im Monster. Hint durch die Flammen sieht man einfach schlecht. Oh, hoppala. Hier hat der Deagle-Cat. Also es war nicht Lucky, würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Es war Ultra Lucky. Hast du ein Internetprobleme oder ich? Weil du weißt, wir wären Roboter. Ah, vielleicht ich. Und ich sehe, dass meine OBS-Aufnahme laggt, würde ich so. Tschüssi. Es war wieder Booster. Oh, beide. Oh, schön. Ich weiß. Die Hot sitzt da wenig. Mhm. Mhm. Ich habe einen Monster. Da habe ich. Ich habe einen Monster. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Ah, der ist da geflossen mit Shotgun in den Smog. Haha, ich hab's mir noch gedacht. Er rennt einfach durch die Dinge durch. Ich verstand die Rekorde nicht. Oh, warte mal kurz. Ach so. Ah, das ist das Discord in dem Fall. Jetzt kann ich da hin und dann gebe ich da ein paar die Barrele und ein D. Wenn er da auch wird. Ah, lass mich weg. Ah, lass mich weg. Ah, lass mich weg. Ich hab's mir drümmel gesehen. Die Arme waren scheiß Spy. Ich verstand die Hälfte nicht, bin ich aus der Rede. Ich hab's mir drümmel gesehen. Ich hab's mir drümmel gesehen. Ich hab's mir drümmel gesehen. Der ist aber gesprungen, oder? Nein. Ok, vertraue dir mal, wir machen ein Double-Nade. Ich habe mir beide gegönnert. Ja, also. Da schweben wir dann so schlicht? Ja, jetzt geht es wieder gleich, aber es ist immer besser. Ich bin im Hintergrund am Uploaden. 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 Das ist leider nichts. Das hat aber schon aufgeleuchtet. Ich glaube, es will mich. Es will mich.